Franz Ruppen, Gemeindepräsident von Natersch. Am 7. bis 9. Juni ist das Musikfest hier, aber zu Natersch, das Kantonale. Ja, was bedeutet das, was dir alles in Natersch ist? Ja, das ist natürlich noch der 1000 Jahre Feier, 1000 Jahre in Natersch, wo wir fairer haben können. Ein weiterer Höhepunkt für Eischersdorf, 150 Jahre Musik-Sellschaft Bellalp, neue Uniformierung und nachher das Kantonale Musikfest, während zwei Tage. Das wird ein tolles Fest geben, wie Naterscher sie bekannter dafür, dass wir, glaube ich, gut Feste organisieren können, aber auch eine Feste. Und wir freuen uns hier, die Musik-Sellschaften uns um den ganzen Wallis und die Bevölkerung des Wallis und darüber uns hier bei Eischern zu empfangen. Was ändert sich in diesen drei Tagen jetzt Nater? Ja, es werden wahrscheinlich über 10'000 Leute hier sein. Wir hoffen, dass das Wetter gut wird. Das OK ist dahinter am Arbeiten. Ich bin überzeugt, dass sie einen tollen Job werden und machen. Und wir werden hier unsere Offenheit zeigen, unsere Lebenslust zeigen und ein tolles Fest hier können. Feiern miteinander und auch Musik auf Hoch und Niva geniessen können. Was habt ihr jetzt für ein Ziel als Gemeindepräsident, wenn man das jetzt in Natersch durchführen kann? Ja, ich glaube, wenn man so ein Kantonales Musikfest hier hat, wie andere so grosse Feste, ist es natürlich auch immer eine Möglichkeit, das Dorf zu präsentieren, in Natersch. Ich habe noch den Leuten zu zeigen, den Besuchern, die da sind, dass euch sehen, was jetzt in Natersch alles los ist, was man hier besichtigen kann. Und das ist, glaube ich, auch immer eine gute Visitokarte, die wir abgeben können. Was hat jetzt die Gemeinde, in diesen drei Monaten noch zu organisieren? Eine gute Hauptsache ist natürlich von der Organisation die Sache vom OKAM, von der Musikgesellschaft, aber wird die natürlich die Musikgesellschaft Bellalp sehr stark unterstützen mit Sachen, die sie bräuchten. Und da wird es viele Details geben mit Strassensperrungen und so weiter mit der Feierwehr, die Ordnungsdienst machen und so. Und die wird alles im Rahmen des Möglichen. Die wird natürlich dazu beitragen, dass wir da ein gutes Fest kennen zusammen mit der Musikgesellschaft Bellalp-Fernatisch und für das ganze Wallis feiern können. Abschliessende Frage, ihr selber werdet euch jetzt antreffen sein? Selbstverständlich, ich werde an all diesen Anlässen anwesend sein. Es wird dann ein Wernissage von der Chronik geben. Es wird nach einer Woche vorher die Neuniformierung geben, wenn er die Pfarrkirche, dann wird es einen Galaabend geben und die zwei Tage im Musikfest. Da werde ich immer dabei sein. Ich bin froh, es ist schon der Pfingst-Mahntag, das muss ich dann nachher von diesen Strapazen von den Musikfesten mitzuholen.